Willkommen zurück bei Extreme Stunts Jetzt hätten wir die Stunts Hallo Darf ihr beim Motorrad zu fahren? Fängeln Haha, du kriegst mich nie und nimmer So, let's go, let's go Let's go Man könnte sich ein Mikrofort hier fahren, ne? Ja, das ist gar nicht mehr als Du schaffst das Wenn du da die Blöcke rüberkommst, dann läufts das Aber das ist echt schwer, ich erinnere mich noch Da ärgert man sich echt Ja Ja, du sagst Ja, da hast du noch mal die Zeit immer, ne? Mal loswerden, das ist nicht so gut Fabian sagt ja, er hat sich nicht ärgert Ja Ich glaube, das ist ja auch der richtige Ansatz Dann schafft er das alles Oh ja, das Dann kommt man am besten los Ja Ah, hier Ja 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 Sehr gut läuft, ne? Mach doch mal andere Tricks Ich hab grad andere Tricks gemacht, weil ich den rausgefallen ist Das Video ist Konzentrieren Boah Boah, 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 Boah Ja Ja, man Boah, macht der Leiter Jetzt kann ich ihn nicht mehr aufhalten Herzlichen Glückwunsch Ja, also Du hast viel Zeug drüber Das ist schon nie nahe, ey Boah Boah Diese Bucke gibt jetzt eigentlich nur noch Zeit vertreten Ja Stimmt Macht mich ja Ja. Außer beim Gold. Ich glaub, da kommt dann noch irgendwas. Du hier wirst. Ja, bei Gold, ja. Kann ich mir vorstellen, du ganz am Innenraum hast du noch gedacht so. Das geschämt! Wie gesagt, du musst dir die Hand stellen. Wie heißt die denn? Und jetzt machen wir noch Gold? Ja. Ja, direkt. Du bist gleich so grad zu drin, ne? Du kannst ja jetzt auch Autosilber fahren. Ja, aber dann hat er das Fahrradfahren verlernt. Äh, das Motorradfahren. Okay, stimmt. Das kann natürlich sein. Obwohl... Toll! Drehschluss! Gute Arbeit! Wir haben erstklassige Szenen im Kasten. Sieh sie dir an, die Muster sind schon da. Ich lache für... Für Tonne... Ich lache 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 für Tonne... Das sieht bestimmt gut aus. Hm... Ich lapp' zu. Mh... Muss ich sehen doch auch richtig angucken. Ja! Aber die waren doch schon zu sich... Die waren doch schon zu sich... Die waren doch schon zu sich. Die waren doch schon zu sich... Die war doch manchmal zu sich... Die war doch schon zu sich. Ich hab immer und nicht mitbekommen. Ich glaub das lag an dem Haken im Video. Genau da hat's gehakt, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Oh, das hab ich die ganze Zeit übersehen. Eine Karte. Also für mich ist es jetzt richtig spannend, obwohl ich das Spiel gut kenne und sehr oft angespielt hab und Story auch durch, ne? Das, äh, mit den Karten und so, was da jetzt draussen wird. Weil davon hab ich keine Ahnung. Das machen, dann machen wir jetzt Learning by Dooley. Ja. Oder Learning by Dooley. Boah. Jetzt haben die auch alle goldene Stühle da, ne? Obwohl, die hatten sie vorher wahrscheinlich auch. Ja. Die sind halt Botze da, ne? Ja. Beim nächsten Rennen fährst du durch verschiedene Teile der Insel. Los, schnall dich an und gib Gas. Das passt so aus, wenn man sich bei Minecraft einen Boden aus Erz bauen. Oh, ja. Zeige möglich. Pass bloß auf. Ja. Warum? Extremes Stanz. Extremes Stanz. Extremes Stanz. Extremes Stanz. Extremes Stanz. Juhu. Bis später, alter Loser. Juhu. 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 Das ist unfair. Alter, wie viele beiden sind denn hier rum? Das ist einfach. Wie viel zämpft, ne? Na, wie riecht mein Gummi? Der Wagenkopf schaut auseinander. Also ich meine, das ist so... Na, wie riecht mein Gummi? Lass mich in Ruhe. Toll, ne? Ja. Ja. Oh, aber guck mal, überholst du dich. Sobeigezogen. Boah. Cool. Das hier oben ist jetzt genau so einfach wie vorher auch. Passt. Ja. Natürlich. Ja. 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 Lass mich in Ruhe. Verschwinde! Ja. Ein Baumstamm. Ach. Es steht immer wie für Spunk, wenn man für den Stand findet. Es geht immer ein oben in die Squaw oder so. Keine Ahnung. Ja. Jiiiihaa! Was? Was ist das hier? Ja, ja. Das Geld kriegst den Lassensquaw. Das ist unfair. Ah! Haha! Du kriegst mich nicht. Das ist unfair. Ja, ich bin kein Gummi. Oh, wie riecht mein Gummi? Wuii! Oh! Oh! Und jetzt komm ich noch wieder. Ja! Ja! Alter, witzig auch, ey. Zeitsch! Zeitsch! Ja! Komm, nochmal! Ja, Gold ist einfach. Ja, Gold ist einfach. Ja, Gold ist einfach. Vergess es! Du kriegst mich nicht! Eigentlich ne ganz viel coole Idee, dass sie durch ne kaputte Holzhaus... Ja, also nicht hart wird. Ja, also nicht hart wird. Oh nein. Ja, also da alles. Na, also jetzt. Na, also jetzt. Na, bist du hier eigentlich mit der Welt durchgekommen? Und herkennst das hier auch oben? Boah. Ja! 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 Ich glaub, du hast das nicht, noch ne halbe Minute. Nein, das ist einfach. Aber mit den Tricks wird man ja schneller. Ja, klar wird man ja schneller auch. Ja! In dem Boost! Man darf's ja Ruhe machen... Die fangen so in den Bildern... Man darf's sie Mut machen, wenn man genug Zeit dafür hat. Jaaa... Diese Kipps, ey... Die Kipps, die sind so... Die Kipps, die sind so... Aber ich will sagen, das ist halt nicht so... Was besser geht, als man sich dann einfach... Oh... Boah... Alter... Das kommt bestimmt irgendwas zu suchen... Komm, du bist einfach eine Schette weg... Nee... Ach so... Anker... Anker... Oh, das wird wieder klappt... Das wird wieder klappt... Zeitfolter... Ey, das ist jetzt nicht... Das klappt... Anker, noch einen... Noch einen Anker... Da... Oh... 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 Du bist immer der Dreckstrecke... Dann, wie ging das mit einer Anker rum? Ist wirklich so wie eine Boote wie eine Anker? Wie, Scheiße... Da liegt eine Anker, ein Schiff im Hafen... Ja... Na gut... Jiiihaa! Vergiss es! Du kriegst mich nicht! Nee, deine Kiste hat auch einen zweiten Gang! Ja, ich wär nicht. Das ist eigentlich ne witzige Idee, dass man da gegen Rick Charmer kämpft, ne? Und da hinten wird Pulver drin und so, ey. Ja, genau. Also die Decke da oben ist echt nicht so gut. Ja. 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 Genau die letzte Mal. Ich kann das überhaupt passieren. Ich kann das nicht mehr machen. Nein. Das freut einfach. Einfach da. Einfach fliegen. Also hier ist mein Kurs. Überall was rum. Ja, aber ich... Ja. 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 Also jetzt selber. aja, das wäre allesoz cuerpo. und heiss aber mal von der Ja! Also hier, Elfield und ich, wir sehen das hier mega Hakel-Qualität. Ja. Das ist schon extrem. Also man sieht so Luft, roten Luft. Schön. Ach ja. Und dann hört man auch den ganzen Traum zusammen. Ja, ja. Ja, genau. Dann müsste eigentlich mal so auf diesen LKW kommen, die ich voll im Zeitraum gekriegt habe. Das ist nett. Und gleich kommen die... Nein! Nein! Das ist so hart. Guck mal, es ist überhaupt LKW. 30 Minuten. Der Kopf ist angeflogen. Das ist so hart. Aus dem Weg! Tschüss! Ja! Verschwinde! Ach, wir haben noch ein bisschen. Juhu! Bis später, Alter! Na, wie riecht mein Gummig? Das ist das! Dann können wir dann... Dann können wir dann Kasten machen, ne? Ja. Dann können wir mal einen Kasten machen, ne? Ja. Ich glaub... Aber die Rennen hängt das auch körperlich nicht mehr durch. Ich glaub ich. Das ist von mir aus, wenn wir in die Rennen rennen. Ja. Ja. Oh, man. Hier, die Ding ist... Aber die Motorrad rennt, die scheint viel länger als ein Blut, ne? Ja. Also es ist ja nur eine Minute. Und dann... Das heißt... Oh, man. Nee, nee. Nee, er kriegt ja immer... Er kriegt ja immer... Er kriegt ja immer Zeitwohnen. Achso, er kriegt zwar Zeitwohnen. So? Ja, immer 10 Sekunden drauf. Bei den... Bei den... Spielflaggen. Oh, Mann. Okay. Nicht mal... Ich überleg grad, was ich dann selbst gedacht hab. Ja. Ja. Ja, na. Das ist super lichtig. Wie macht das? Ja. Boah, das war cool. Aber der fährt schon eigentlich nicht mehr. Verschwindet! Aaaaaah. Ich wollte es nicht zu sein. Du fährst mich in Ruhe. Ich glaub es ist mir wieder nicht. Auf dem... Ich hab dich wirklich laut überlegt. Du kriegst mich nie und nimmer! Boah, ein heftiges... Vergett und tschüss! Verschwinde! Das ist unfair! Das ist einfach! Haha, du kriegst mich nie und nimmer! Jiiiihaaa! Ah ja! Das ist schön! Das ist schön! Mal kurz unterbinden! Ja! Jaaa! Du hättest wieder nicht auf oben rum zu fahren! Stark! Boah, jetzt geht's los! Ich hatte wieder viel Zeitbonus! Boah, gut dass du den Baumstamm geschafft hast! Vielleicht wird doch einer! Ja! Man muss auch... Tatsächlich! Man muss den Posten auf Hinterräder! Ja! Ja! Da gibt's nur noch! Boah! 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 Boah!